Hi, ich bin die Claudia. Ich arbeite bei der katholischen Pflegehilfe und bin Gruppenleitung hier in Horst. Und jetzt hören wir bitte zu, denn es geht um meine Arbeit. Also mach dich bereit. Feiertage, Wochenende. Alle schreien, hoch die Hände. Nur die Pflegekräfte nicht, bei denen brennt um fünf das Licht. Waschen, wickeln, spritzen. In meinem Job gibt's kein Sitzen. Das Ganze mit dem Lachen, das ist das, was wir machen. Dankbarkeit und Freude in den Augen. Oft sind wir die einzigen Menschen, die Patienten sehen. Ist das zu glauben? Ich liebe meinen Job, denn ich will Menschen helfen. Doch sind wir mal ehrlich, die Einstellung gibt's viel zu selten. Als heiße Kirsche obendrauf kann ich im Mann beruf die Karriereleiter hinauf. Und als alleinerziehende Mama passen Arbeitszeiten und bin zusammen. Das ist doch der Hammer. Also denk dran, Pflege ist mehr als du denkst. Verurteile nichts, was du nicht kennst. Es ist mehr als satt und sauber. Wir verschaffen allen ein Lächeln. Das ist der Zauber.